ja und damit herzlich willkommen hier zurück bei black mirror 3 ich habe ja letzte folge ja ein bisschen gebraucht und am anfang ist ganz gut und dann glaube ich habe ich 15 minuten versucht so ein bisschen rumzusuchen und pipapo ich habe jetzt tipps von euch bekommen und zwar gehen wir dazu mit dieses inventar was ich jetzt zu klappen wir müssen wir gehen erstmal wieder zu black mirror castle zurück gut und zwar ist der topf das ominöse objekt unserer regierde der werden wir jetzt sofort hin düsen zack rein hier ich renne da nebenbei noch ich hoffe das klappt diese mit der aufnahme darin ruckelst du nö oder das klappt da ja doch 30 fps sagte an gut wenn ich dann tut es mir leid dann berührt mich an so und zwar die mit wachs versiegelte papprolle ich muss mein denken habe ich jetzt auch schon bemerkt für black mirror 3 irgendwie so komplett umstellen ich soll es doch mal mit den zigaretten probieren habt ihr gesagt ich habe ich habe es vorher nicht getestet ich habe auch nicht in die lösung geschaut ich höre nur auf eure tipps ich stecke die zigarette in ein ende der papprolle ja wenn man die zigarette anzündet rennt sie runter und bringt das schwarzpulver zur explosion was du nicht sagst die zigarette ist ja auch einfach damit habe ich mir ein böller selbst gebaut ich muss halt komplett mein denken umstellen also in black mirror 2 war es eben noch möglich dass ich geschaut oder geguckt habe kann man irgendwas miteinander kombinieren und darin war dann eben so ja das passt aber irgendwas fehlt noch jetzt in black mirror 3 sagt er irgendwie komplett nein aber man muss es halt irgendwie später noch mal probieren das ist halt irgendwie doof naja was willst du machen los also am topf und den raussammeln es ist so riskant die handwerker nur in die küche zu locken ich muss sie aus dem schloss rausbekommen aha super also nicht der topf okay das war nämlich eure zweite idee das ding dann in den topf zu packen tja in den garten soll ich das auf so ein menier klatschen hört man das denn überhaupt noch also hier nicht zum gewächshaus vielleicht dort vielleicht bricht ja auch ein bisschen das glas ein oder sowas nein dann kam noch der tipp ich sollte mir eine lampe anschauen an der seite an der vorderseite irgendwie eine lampe warte mal ich gehe mal zum ganz normalen eingang los tatsache die kann man doch ja habt ihr recht eine glas scheibe fehlt zwar aber sonst tut sie es soll ich da den böller reinpacken die lampe ist der optimale ort für den böller er ist trocken und die handwerker werden die kaputte lampe sicher bemerken man leute ihr seid genial drei tipps und drei ich habe jetzt etwa zwei minuten zeit bis das ding hier hoch geht okay okay schnell nach hinten also drei tipps und und ihr habt ihr habt vollkommen richtig gelegen mit allen drei tipps das ist super jetzt muss das scheiß ding nur noch hochgehen jetzt wird es zeit ich will schließlich in der ersten reihe sitzen das schauspiel beginnt ja ich auch los was war das denn klang wie ein schuss ja natürlich verdammt wieso gehen die nicht raus könnte auch ein büller gewesen sein letztens erst wieder einen von diesen hekligen halbstarken auf der mauer herumtanzen sehen hast du gesehen was die mit unserem gerüst gemacht haben nein ich war seit letzter woche nicht mehr an der fassade sie haben es voll gespielt überall farbe geh rauf sie ist dir an die reinste hippie leiter dieser verdammten kleinen wichser wieso treiben sie sich hier herum und nicht in der schule was soll das steve ich hab da ne idee was denn für eine greck warum stecken wir ihnen ihre böller nicht in ihre verpickelten ärsche und schießen die auf den mond ja warum eigentlich nicht ja gut sie gehen das reicht mir endlich hoffentlich läuft denen nicht zufällig jemand über den weg könnte übel ja ich glaube auch man das sieht ja alles ziemlich düster aus mittlerweile wo willst du denn hin hallo willst du nicht in die halle zurück ich meine da waren doch sachen da ist eine tür zur halle so kurz vor dem ziel umkehren bestimmt nicht aber da liegen sachen victorias zimmer ein durchgang und noch eine tür ich darf keine zeit verschwenden direkt zu victoria victorias zimmer war nicht so weit hinten ja was hältst du von dem da steht schon dran dass es victorias ist nehmen wir doch das zimmer schauen was passiert was soll denn dieser lärm greck steve wart ihr das hey greck steve was ist hier los zum teufel sie verschwindet in die halle jetzt nichts wie rüber zu victoria cool das hat doch die krankenschwester abgelenkt darin hallo steve modus steve oh gott victoria das ist die ist bestimmt nicht gut auf uns zu sprechen da werden ziemlich dicke fische auf dem bild ausgenommen voll interessant signiert ist es mit w.gordon 1921 ob william das bild gemalt hat william war maler ok vielleicht hätte er ein anderes motiv nehmen können weil fische come on haarbürsten schminkutensilien cremes victorias kosmetiksachen ein kleines kästchen wahrscheinlich bewahrt victoria dort ihren schmuck auf damit hat es bestimmt irgendwas auf sich erinnert mich an das schloss von lady eleanor in wales aber zu seinen besseren zeiten als ich dort vor drei wochen von tom gefangen gehalten wurde war es schon halb im moor versunken ja darum hat sich ja auch keiner mehr gekümmert um das anwesen in wales ein plüschhocker wie vieles hier im raum in rot gehalten halte ich bloß von kissen fern darin sonst krieg ich wieder angst ein paravent der soll ungebetene blicke fernhalten heißt paravent ein kleideraum da stehen jede menge kleiderschränke vermutlich victorias ankleideraum ein riesiges eichenbett vermutlich war es früher das ehebett von william und victoria william starb vor über zwölf jahren sollte das victoria in jungen jahren sein seltsam sie sieht aus wie angelina oder verhält sie sich andersherum sind immerhin dieselben gene ja doch ein bisschen sieht es aus wie angelina ne wenn man da rausschaut könnte man glauben draußen wäre tiefster winter oder liegt das an der kälte hier im zimmer ja vielleicht auch das verstehe das gemälde ist jetzt noch da und das schmuckkästchen doch was sollte das victoria in jungen ok gut na dann auf geht's wenn sie uns nicht gleich den kopf abreißt hier mhm hallo victoria victoria bitte wach auf victoria was wer adrian was machst du hier ich hab doch gesagt dass ich dich nicht mehr sehen will entschuldige aber ich muss dich sprechen ich kann beweisen dass ich unschuldig bin nach der attacke wird sie das bestimmt auch glauben mhm mhm erst mal zu angelina hier victoria auf diesem foto siehst du angelina wie sie miss valley umbringt sie ist dir an angelina aber wieso ich verstehe das nicht angelina war es auch die das schloss anzünden ließ sie hat auch sally katherine und louis umgebracht alles nur wegen modrids fluch sie brauchte mein blut dazu weil nur die männlichen gordons in der lage sind die macht modrids zu aktivieren du weißt doch davon victoria erzähl mir bitte nicht du hättest es nicht gewusst aber sie war doch meine kleine angelina wie konnte sie nur so etwas tun tja ich hatte gehofft du würdest mir das beantworten naja so viel information kriegen wir wohl doch nicht und wie sieht es aus mit dem orden victoria es gibt da diesen orden der mich verfolgt hat miss valley's orden ein verein von stümpern sie wollten verhindern dass nochmal so etwas wie vor zwölf jahren passiert aber sie haben keine ahnung gegen was sie kämpfen die meisten sahen es als amüsante abwechslung in ihrem leben ein bisschen geheimniskrämerei und geheime treffen in albernen kutten miss valley war die einzige die wirklich wusste worum es ging der ursprüngliche orden existiert schon seit hunderten von jahren er hütet die geheimnisse im verborgenen dennoch haben wir miss valley finanziell unterstützt es war schließlich in unserem sinn dass du adrian nicht nach black mirror zurückkehrst verstehe hm das habt ihr aber damals irgendwie ganz anders ausgelegt mit oh wir müssen dich schützen darren weil hm 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 ach ich weiß auch nicht jetzt war es ja doch eher so dass sie mich fernhalten wollten damit das einfach nicht normal geschieht hm was mit der weißen frau kennst du die victoria ich habe da etwas komisches gesehen und ich weiß nicht wen ich sonst danach fragen könnte diese weiße frau genau dieselbe wie hier auf dem gemälde oder nur eine ähnliche ich weiß es nicht jedenfalls habe ich sie im wald gesehen sie lief da rum wie ein gespenst aber es war keins oder doch eine weiße frau im wald ja ist du sicher ja also war es doch ein gespenst oh mein gott ich bin wirklich verrückt nein nein bleib ganz ruhig adrian alles ist in ordnung vielleicht noch viel mehr als ich je zu hoffen wagte erzähl mir mehr über die frau wie sah sie aus was hatte sie an so genau habe ich sie nicht gesehen sie hatte lange weiße haare ein langes kleid hatte sie an mit einem gürtel auf dem eine art wappen zu sehen war die frau die du gesehen hast ist maria gordon mordreds frau sie findet keine ruhe seit jahrhunderten nicht sie irrt durch die wälder von black mirror weil sie ihr kind sucht ihr kind und mordreds ich habe sie auch schon gesehen du hast sie auch gesehen dann gibt es sie wirklich wir sind im black mirror castle adrian von welcher wirklichkeit sprichst du das ist natürlich auch meine antwort aber kann ich die weise frau eh nur von reinen herzen gesehen werden also von leuten mit reinen herzen das heißt victoria sie ist ja auch eine gute ne und der unser darin ja auch ob ihr das vielleicht das so gesagt hat dass darin gut ist aber wie konnte denn darin jetzt auch das wappen erkennen ich meine die waren nun echt ein bisschen weiter weg oder darin sieht sie weil mordred in ihm ist und das ist ja die frau von mordred maria was ist mit dem kind passiert also gut das was ich dir jetzt erzähle hat diese mauern noch nie verlassen und es wäre gut wenn es so bleiben würde es ist vielleicht die älteste unserer familien geschichten und auch die schrecklichste du willst wissen was mit dem kind passiert ist das fragt sich maria bis heute wir wissen nur dass mordred es verschleppt hat weil er annahm dass es nicht sein leibliches war er glaubte maria habe ihn betrogen mit seinem bruder marcus er wollte sie dafür büßen lassen was er mit dem kind angestellt hat bleibt bis heute ein geheimnis man hat es nie wieder gesehen also ist mordreds frau fremd gegangen und er hat daraufhin alle verflucht nein maria hat mordred nicht betrogen sein hass war es der ihn so etwas denken ließ hass und eifersucht auf seinen bruder dabei hatten die beiden viele schlachten gemeinsam gekämpft seite an seite doch das war bevor sie nach black mirror kamen irgendetwas hier veränderte mordred verseuchte sein herz er misstraute jedem seinen soldaten seiner frau seinem bruder zog sich immer mehr zurück wurde hochmütig zuletzt sah er sein eigenes kind an und erkannte es nicht wieder meinte ähnlichkeiten mit seinem bruder in seinem gesicht zu erkennen er wollte es töten doch ob er es tat ist ungewiss sicher ist dass er es maria entriss und es mit sich in die katakomben unter dem schloss nahm in ihrer verzweiflung rief maria nach marcus bat ihn um hilfe das war für mordred nur ein weiterer beweis für seinen verdacht marcus kam stellte mordred und tötete ihn im zweikampf doch das kind fand er nicht so sehr er auch suchte es war wie vom erdboden verschluckt gott ist das finster da habt ihr jetzt noch mal die richtige marcus mordred legende gehört boah was das kind und wenn schon ich meine das kind kann ja dafür nichts also puh und mit mordred hat damals alles angefangen marcus hat dann auch die kirche gebaut während mordred glaube ich hier in black mirror das schloss erbauen ließ und so beginnt diese ganze gordon geschichte vor mehreren jahrhunderten von jahren und jetzt ist mordred in darren also das ja ja kopf krebs kopfknoten na gut und der fluch der beginnt also seit oder ist seit dieser zeit was ist das für ein fluch bevor mordred starb verfluchte er die männlichen nachkommen von marcus sie sollten sein werk vollenden ja super eines tages würde ein gordon geboren der sich dem bösen verschreibt dieser würde mordred in das reich der lebenden zurückholen und angelina wollte seine macht bekommen aber warum wenn doch nur die männlichen gordons verflucht waren weil ihr zwillinge seid muss dieser fluch irgendwie durcheinander gekommen sein wie das ich weiß es nicht adrian es ist nur eine vermutung das ist jetzt aber auch wirklich ein bisschen vage oder na gut erzähl mir mal über die gordons etwas mhm was hat scht adrian wir dürfen keine zeit verlieren du bist der letzte gordon der marcus linie dir soll das schloss gehören gib mir einen zettel und einen stift da in der schublade ich muss deine wahre identität bestätigen sonst weiß keiner dass du der rechtmäßige erbe bist behalte ich ich fühle wie meine kräfte schwinden oh adrian mit mir geht es bald zu ende bitte nicht victoria ich brauche dich ohne dich weiß ich nicht weiter ach mensch das ist schon traurig der brand hat dir einfach zugesetzt das war zu viel victoria nicht die hoffnung aufgeben ohne mich wärst du jetzt vielleicht gar nicht in dieser lage wir waren sehr gründlich was dich angeht wir haben dir sogar eine sterbe urkunde ausstellen lassen lass mich her das hat dr hermann gemacht wir haben uns geirrt verzei mir schon gut ihr wolltet mich ja nur beschützen aber vielleicht wäre es doch besser gewesen wenn ich gewusst hätte worum es ging dann wäre ich nicht in angelinas falle getappt und der ritual raum den hat ja wohl dann auch mordred gebaut und die akademie dazu was hat es mit diesem ritual raum auf sich ich war selbst nie dort doch angeblich ist mordreds macht dort am größten jener ort liegt nicht mehr in dieser welt sondern in der welt der schatten ich glaube angelina und ich wir haben mordred gehört als wir dort waren doch was genau ist denn im ritual raum passiert naja ich habe alle aufgaben gelöst mein blut aufs relief getäufelt und hast du auch die worte gesprochen ich glaube ja oh gott adrian dann ist das ritual vollzogen du hast mordred damit den weg bereitet wie wie meinst du das bin ich jetzt verflucht schlimmer adrian schlimmer mordreds geist ist jetzt in dir adrian in dir oh mein gott adrian was hast du nur getan mordred in mir drin scheiß ich hab's geahnt bleib ganz ruhig lass uns ruhig bleiben und nachdenken wie fühlst du dich ist irgendwas anders ach nö ach quatsch nein alles ist beim alten haha unser schizophrener darren der hat überhaupt gar keine probleme tja also ich hab da so visionen und teilweise setzt er sie auch in die tat um ja da sind diese visionen sie fühlen sich ziemlich echt an sie sind krank gewalttätig aber vielleicht sind es inzwischen auch keine mehr vorhin wollte ich murray an die gurgel das war jedenfalls keine vision hm wann hast du die weiße frau zum letzten mal gesehen gerade eben vor dem schloss ach dann hast du noch nichts böses getan dein herz ist immer noch ein du bist stark adrian du hast es geschafft zu widerstehen und das musst du auch weiterhin tun widerstehe mordred solange du nur kannst er wird jetzt immer stärker werden und du schwächer er will dich kontrollieren irgendwann wird er die macht über dich übernehmen ja aber wie ich muss das doch irgendwie aufhalten mit einem ritual umkehren oder sonst wie welche möglichkeiten habe ich mordred daran zu hindern mich zu kontrollieren es gibt nur zwei möglichkeiten ihn zu verbannen mordreds gefäß muss zerstört werden du weißt was ich damit meine die knochen ich denke mal du meinst die samuel variante ein kleiner sprung vom turm direkt auf einen spitzen eisenzaun klingt verlockend es ist auf jeden fall die einfachere variante ui was wäre denn die schwere du musst dahin zurück gehen wo alles angefangen hat in den ritualraum aber der ist verschüttet wo alles begann wo aber meinst du dahin wo mordred den fluch ausgesprochen hat im buch steht alles in welchem buch ich ich bin so erschöpft adrian ich ich kann nicht mehr nein bitte mach jetzt nicht die augen zu victoria bleib wach bitte sag mir was das für ein buch ist eine chronik oder oder die bibel das buch bitte lies es im raum welcher raum unter der erde die sechs menhiere weisen dir die eingänge welche menhiere dort beginnt der weg den du bis zum ende gehen musst bis zum ende meinst du die großen steine rund um das schloss fang dort an such bei den menhieren edwin versprich es mir ja ja das werde ich versprich es mir ja ich verspreche es victoria bitte warte noch du musst mir noch so viel erzählen victoria was machen sie hier wie sind sie hier rein sie stirbt tun sie doch was schnell gehen sie die gott ach sieh an kapitel 3 hm das ging fix da ist sie jetzt tatsache hat das hat diese sterbesequenz länger gedauert als hätte sie jetzt den titel des bilds victoria gordon ist von uns gegangen des buches sie hinterlässt einen leeren platz in unseren herzen wir wollen innehalten und uns im stillen gebet von ihr verabschieden nach die arme victoria war eine gute trauer gemeinde ich möchte ihnen zum abschied ein paar worte mit auf den weg geben worte die lady victoria durch ihr leben begleitet haben in guten wie in schweren zeiten nun aber bleiben glaube hoffnung liebe diese drei sagt paulus im brief an die korinther aber die liebe ist die größte unter ihnen wenn wir nun abschied nehmen von lady victoria gordon dann wollen wir dies im sinne dieser worte tun amen adrian mein aufrichtiges beileid danke ihre urgroßmutter war eine ganz außergewöhnliche frau ja das war sie aufrecht und von herzen gut eine starke persönlichkeit ja schade nur dass ich sie erst so spät kennengelernt habe besser spät als nie sie sind der einzige angehörige und damit der alleinige erbe von lady victoria sie können jetzt ins schloss einziehen und erst einmal durchatmen kommen sie zur ruhe adrian und nehmen sie abschied nicht nur von ihrer urgroßmutter sondern auch von ihrem alten leben wenn sie dabei hilfe brauchen sie wissen ja wo sie mich finden können danke vater frederick mein beileid adrian danke doch wie geht es ihnen naja das hier ist die beerdigung meiner letzten familien angehörigen das war's ab jetzt bin ich allein auf gottesweiter erde komplett da kommt mir die anwesenheit von mordred in meinem kopf direkt ein bisschen heimlich vor immerhin gehört er zur familie wenn sie möchten können wir unsere sitzung gleich abhalten nein ich möchte jetzt lieber meine ruhe haben können wir das nicht auf den nachmittag verschieben wie sie wollen dann 15 uhr in meiner praxis in ordnung bis dann adrian adrian god der last but not the least oder vielleicht doch sehr unpassend aber von ihnen ist man ja nichts anderes gewöhnt richtig du hast ja eben eine urgroßmutter zu grabe getragen die du gerade mal drei vier wochen kannt ist mein beileid für diesen schweren kaum zu verwenden verlust und meine gratulation zum gewinn des jackpots was für ein jackpot meinen sie das abgebrannte schloss das zu renovieren ich testamentarisch verpflichtet bin oder meinen sie den einstieg als schlusslicht in einen familienzug voller geisteskranker und mörder so nennst du das jeder andere würde die erbschaft eines herrschaftlichen anwesens und den aufstieg in die adelsliga einen glücksfall nennen aber darin warst du ja schon immer gut dich als opfer darzustellen so sehen sie das jeder andere cop würde seine vorurteile überwinden und einfach mal einen blick auf die fakten werfen apropos cop da du jetzt britischer staatsbürger bist kann ich dich leider nicht mehr abschieben lassen und das heißt im klartext bei der kleinsten verdachtsbestätigung wanderst du in den knast das verspreche ich dir wieso wollen sie mich unbedingt so nah bei sich haben haben sie sonst keine freunde schauen sie doch lieber mal öfter bei den mies vorbei das nimmt den druck ein wenig raus das sprücheklopfen wird dir schon bald vergehen wenn sie meinen und jetzt entschuldigen sie mich bitte inspektor ich muss meine gäste bäder zählen mitten auf der auf der trauerfeier kommt der inspektor an und lässt so einen blödsinn wieder los aber darin hat schon recht er erbt quasi jetzt ein ein renovierbedürftiges schloss eigentlich ein völlig ruinöses schloss wie soll er das denn machen er ist student alleiniger erbe um die victoria tut es mir echt leid ich glaube sie war wirklich eine gute gute seele ja gut ihr lieben wir machen dann natürlich erstmal schluss hier an dieser stelle war jetzt schon lang genug konnte man ja vorher nicht unterbrechen hier haben wir viel geschafft und ja ich hoffe ihr seid das nächste mal wieder mit dabei bei black mirror 3 gut bis dann und tschüss tschüss bei black mirror 3 bei blöds zu barnen bei kbrain bei b blöds zu b originally bei blöds zu b denucke bei blöds zu baringen